Verena Kehrt macht sich über die Prügelgerüchte rund um Mark Terensy lustig. Mark Terensy – Verhaftung nach angeblicher Prügelei mit Verena Kehrt Erneut sorgten Mark Terensy, 45, und Verena Kehrt, 42, für Aufsehen. Am Dienstagabend, 22. August, soll ein Ausflug nach Hamburg auf der Polizeistation geendet sein, weil der Sänger seine Liebste verprügelt haben soll. Nach einer ausgedehnten Kneipentour soll es im Hotel zu einer Schlägerei gekommen sein, sodass Angestellte des Hotels sich gezwungen sahen, die Polizei zu rufen. Diese soll angeblich ein Verfahren gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet haben. Mittlerweile ist Mark Terensy aber wieder auf freiem Fuß, verließ die Polizeiwache 16 mit einem stadtbekannten Zuhälter. Nur wenige Stunden nach dem Vorfall besuchten Mark und Verena wieder gemeinsam eine Bar. Doch nicht nur das, auf Instagram machten sich die beiden nun auch über die Prügelgerüchte lustig. Verena Kehrt – das Einzige, was heute einschlägig war. Nachdem er die Wache verließ, begab sich der Reality-Star gemeinsam mit der Blondine und einem befreundeten Brechen direkt in eine Bar. Die gesellige Zusammenkunft in vertrauter Runde nahm Verena direkt für ihre Follower auf. Bei bester Laune lachte sie im Arm von Mark in die Handykamera. In Anbetracht der Berichterstattung konnte sie sich ein Wortspiel nicht verkneifen. In Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, was heute richtig einschlägig war, ist mal wieder die Berichterstattung. Die Prügelgerüchte um ihren Liebsten scheint sie mit einem Lachen zur Kenntnis zu nehmen. Anschließend gaben sich die zwei noch einen demonstrativen Kuss vor der Kamera, ehe Verena erklärte, dass der DJ Steve, der mit den beiden in der Bar sitzt, sich vorher beschwert hätte, dass er sie nicht zu Gesicht bekommen würde. Kaum bin ich hier, und? Man schlägt alle möglichen Google-Seiten auf, und du siehst mich auch. Was wirklich in ihrem Hotelzimmer passiert ist, wissen wohl nur Mark und Verena selbst. Nach außen hin machen sie jedenfalls auf heile Welt. Nach außen hin.